Ich glaube, im Kämpfen muss man eisernd sein, man darf keine Schmerzen zeigen. Privat bin ich ein ganz Weicher, aber das ist der grosse Unterschied. Aber es ist wichtig, im Kämpfen ist es wichtig, die Schmerzen zu unterdrücken und keine Schmerzen zu zeigen, weil wenn man Schmerzen zeigt, dann hat man den Kampf verloren. Aber privat bin ich sonst eigentlich ganz wehleidig. 2000年8月24日,格闘界に大きな足跡を残した一人の英雄がその生涯を終えた。 アンディ君。 我々に計り知れない感動と勇気を与えてくれた空手家。 アンディの戦う姿と魂は我々の心の中で永遠に生き続ける。 35人の短い、しかし誰よりも濃密な格闘人生を振り返ろう。 アンディ君。 それは20世紀最後の伝説である。 1964年9月7日。 アンディはスイスのボーレンという町で、3人兄弟の末っ子として誕生した。 残っている写真の幸せそうな表情とは裏腹に、 アンディは両親の愛情には恵まれなかった。 幼くして両親と別れることになったアンディは、 祖母によって育てられたが、貧しい暮らしだったという。 子供の頃から活発だったアンディは、 10歳の時、ブルース・リーの影響で空手を始めた。 私はカラテを始めた10歳です。 私はカラテを選んでいる前。 私はカラテを選んでいると、 そしてプレカリーは、 私はカラテを選んでいる前に、 カラテを選んだとしては、 私たちの特徴、 世界規定、 ステレッシング、 フレッシング、 全体的選挙がある。 私はカラテを選んだから、 私はカラテを選んでいる。 Kürchen 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 ist, Kürchen Kürchen zu großartig. Er hat sich nicht mehr als Kürchen zu練習. Kürchen 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 und Kürchen Kürchen, der Kürchen Kürchen ist Kürchen. Kürchen Kürchen in Kürchen Kürchen und Bürchen Kürchen. Er ist die Ausstellung, die Kürchen ist. Die Kürchen Kürchen in Kürchen, Und einen rechenken unter dem Fakt. Und er hat die Leidenschaft an im Leben für die 3-Gebrauch-Jek brown-Jeký-Seite. Das ist die neue Kuss-Jekennenn. Er hat einen einen Kuss-Jekennenn. Er hat einen wirklichen N-Eine. Er hat einen Kuss-Jekennennenn. Er hat einen Konzenten, der für den Buss-Jekennennennenn. Er hat einenillen Kuss-Jekennennenn. Er hat einen Kuss-Jekennennennenn-Jekennennennenn. Er hat einen Kuss-Jekennennennenn-Jekennennennennenn. Die Errein ist in der Welt am großen und der Gegenstand aller persönliche dabei. Der Gegenstand der Archiviert ist der Gegenstand auf Demnau Kank. Das war der Engländer für die Errein-Sakim-Hans. Sie war sich dadurch auf dem Battag. Die Errein-Hans gesucht sich vor provider. Das war das Kank. Der Titeljong ist er die Erlein-Lein-Lein-Lein-Lein-Lein-Lein. 登場 1992年, Andiは大きな決断をした 声動会館に移籍し プロ格闘家としてデビューした その華のある闘いぶりは、まさにプロ向きであった Andiの華麗な技にファンは熱狂した 特に必殺のカカトルト氏は Andiの代名詞となった attra. Nach dem K-1-Ring war K-1 in den K-1-Ring war K-1-Ring klub. Der K-1-Ring war K-1-Ring hat einen Schlag. Der K-1-Ring war eine Schauspielbein. Er hat sich gehalten, als er eine große Krieg zu erzeugen. Er hat es zum ersten Mal gewonnen. Da kam K-1-Ring war K-1-Ring. Der K-1-Ring war K-1-Ring. Er hat einen Ring-Ring. Ich werde nächstes Jahr auch mit Kickboxen beginnen und ich hoffe, dass ich da heute auch sehr, sehr stark sein werde. K1-Sensi, Andi Fugu, ist誕生ster. Es wird viel, viel mehr verlangt. Beim Karate macht man viel, viel mehr In-Fight, also man geht sehr viel näher. Beim Kickboxen schaut man mehr auf die Distanz, es wird eigentlich mehr boxerisch, viel, viel mehr gekämpft. Die Pain-Techniken kommen meistens zu kurz und das ist eigentlich der ganz grosse Unterschied. Also Karate ist mehr In-Fight und Kickboxen ist eigentlich mehr Distanz, mehr vom Boxerischen her. Um, um den Jesus, die ich wahrgenommen habe, sagte er, die ersten quirschste Afteren gab es Council zu haben, denn es war fast, das ist Elekt Bareungen. Aber die Verdry Ich br ubiquito�, und Appetizien war damit, die ich ihn блокierブーツ zu haben. oxidier wurde von K1-Sensi war another, weil er unterstunden sind하세요. sich dieser Leiter in K1-Gran-Pay-Jetieren wurde Countryeee des profesionales fürетtes. K-1 Grand Prix 94に参戦することになったアンディ 前面のK-1王者を撃破しているだけに優勝候補の声もあった だがそのリングには地獄に通じる落とし穴が大きな口を開けて待っていた パトリックスミス 対戦相手は無名のキックボクサー パトリックスミス 空手出身キック出身の対戦ということになります さあ キャイが始まりました お顔だった ダウンですね 今は左ソリスのストレートが入ったんですね 膝をついたダウンを取られました おーっとだ いいの これは おーっと これは シミスが勝った シミスが勝った ダイバー クルワセ ダイバー クルワセ Das erste K-1-Gran-Pri war am liebsten. Und der psychische Druck war natürlich sehr, sehr gross, weil jeder hat von mir erwartet, dass ich diesen Revanche-Kampf gewinne. Und wenn ich den nicht gewonnen hätte, dann wäre es für mich sehr, sehr schlecht gewesen. Also ich musste unbedingt gewinnen, diesen Kampf wieder. Und darum war er sicher einer der psychologischen, einer der härtesten Kämpfe. 1度負けた相手には2度と負けられない。